Willkommen zurück meine lieben Zuschauer der East Origins und wir machen uns weiter auf den Weg durch die Guilty Fire und hauen kleine arme lila Vögelchen kaputt und ihre komischen großen Flieger die sie spawnen so die SP einsammeln und ja jetzt blinkt das hier so komisch deswegen sollte ich jetzt so schnell wie möglich wegschlagen hier sind noch mehr davon erstmal die SP aufsammeln die hier liegt so die Flieger weg da sind die Hähnchen am Boden keine Probleme mehr und ja wie ich in der letzten Folge schon sagte wir brauchen eigentlich das den Heilumhang gar nicht weil wir einfach alles einfach so viele Heilkräuter finden dass wir gar nicht stehen bleiben brauchen stehen bleiben ist im Spiel eh eine schlechte Idee das war eine Sackkasse da hab ich mich grad bei Laufen wie bist du dem ausgebieten so jetzt bist du dort die Fliegen ist etwas so das heißt wir müssen jetzt erst einmal da runter der Schwerter und die da die da ich schon mal sehe sie sich sehr schaden durch meine Schwerteangriffe diese Brügel und ne auch gar nicht mehr aber jetzt ja braucht etwas mehr aus so erstmal gucken was hier oben ist Noch mehr zu verprügeln Und der Klapp Und hier ist einer gestorben So, noch mehr Schleime sind immer gut Ach, und oben sind wir sehr Und ja, ich tue auch gerade nebenbei ein bisschen Grinden Damit wir die 16.000 SP kriegen, die ich brauche für das eine Upgrade Deswegen gehe ich jetzt noch mal hier lang Hier sind nur Schleime Die sich teilen, wenn ich sie mit Feuerschmeißer Sie sollten sie sich einfach mit dem Schwertangriff wegschlagen Und wieder zurückgehen Dann gehen wir jetzt mal in die Richtung weiter So, ich bleibe jetzt die Schleife durch So, ich brauche jetzt beide noch weg So, noch ein Königs für euch Und dann gehen wir mal in die Richtung weiter Erst einmal gibt es hier eine Truhe Wenn wir dazu nahe kommen, wird der Schutzmechanismus aktiviert Und man sieht da, die Fackeln gehen aus Eine, zwei Die bei den Schleimen Und die da hinten bei denen geht man Und die vier müssen wir jetzt wieder entzünden Dafür gibt es kein Zeitlimit Dann kommen wir erstmal wieder hier entlang Hier gibt es nämlich die drei Kameraden Die ich erstmal wegmachen sollte Wir gehen viel haben hier davon Und das öffnet für mich wieder eine Statue Und die Tür Da oben Die schon so aussieht, als ob sie zum nächsten Boss führt So Hier will ich jetzt erstmal wieder speichern Dann Geht es jetzt den Turm runter zu Tower Base So Und zu Rico Er soll meine Waffen verstärken Okay Waffenverstärkung kommt Hast du Kleria Erz für mich? Hab ich Du gibst das Kleria Erz zu Rico Und unsere Waffe ist Stufe 4 Ja, das brauche ich alles nicht mehr vorlesen Das hatten wir schon mal So Jetzt Teleportieren wir uns wieder zur Zum 13. Stock hoch Und gucken mal, dass wir die Sachen hier angezündet bekommen Beziehungsweise Ich guck jetzt erst einmal, dass ich Wie man merkt, ist mein Phoenix Jetzt auch viel mächtiger geworden Der macht jetzt einen Haufen Schaden Ich versuche jetzt erst einmal Die Der nötigste SP zusammen zu kriegen Für das Upgrade Weil Für den nächsten Boss brauchen wir Denk noch ein anderes Upgrade Oder was heißt dringend Es wäre praktisch, das zu haben Deswegen gehe ich hier noch ein bisschen töten Und keine Sorge Das ist jetzt eigentlich das letzte Mal Das ich vorhabe zu grinden Aber ich will das halt nicht Offscreen machen Dass ich lieber beschwert Da verpasst du irgendwas Vor allem nicht, wenn ich dabei Level-Ups mache Und ich glaube die Schleime vermehren sich Wenn ich sie mit Feuer angreife Das tun sie auf jeden Fall Ich glaube wir haben sogar schon mal die erste Fackel angezündet Kann das sein? Da müsste jetzt hier ein Kreis fehlen Und ja es fehlt schon mal eine Aber jetzt erst einmal Das Upgrade kaufen Und zwar brauchen wir Accept divine blessing SP increase Ja Das Upgrade wollen wir Und ansonsten erst mal nichts So Dann machen wir uns jetzt daran Die Fackeln zu entzünden Das müsste nämlich unser SP Was wir kriegen von Topics sein Die sollten schneller an das rankommen Ja genau Jetzt droppen nämlich die größeren Kristalle So Und ein Level ab Wie gesagt Das würde ich euch nicht vorhin halten Deswegen mache ich das Ganze Nicht auf Kamera So Jetzt müssen wir erst mal die hier loswerden Die ganze Kampfgruppe Deswegen sie immer schön noch einen Haufen locken Und mit dem Königs zerbomben Das geht nämlich am einfachsten So Und die Fackel ist entzündet Jetzt hier wieder durchkauen Jetzt hier wieder durchkauen Jetzt hier wieder durchkauen Da hat unser SP-Boost nachgelassen Ich bin weg Und ich bin weg SP einsammeln Und wir machen auch durch Schaden mit dem Königs Was sehr schön ist Die Fritte da unten können wir auch gleich noch mal weg Das geht Jetzt können wir mal wieder mit dem Schwert zuhauen So 2000 SP haben wir schon mal wieder Ein Schaden wie süß So Dann haben wir mal ein bisschen zu Dass wir wieder Die NXP-Bike hier kriegen Dann kommen wir einfach mal drauf So So Das anzünden Und wieder zurück Aber Wo sie ging Geschlagen zu werden Ist nicht so schön Wenn Dann schlagen sie lieber den Gegner durch die Gegend So Und wenn Mal hier weiter Machen wir die weg Äh Hier war doch ein Gegner Na egal Jetzt ist unser EP-Bonus weg Dafür steht der jetzt von der Breitseite Und hier oben ist noch eine Truhe Die sehr interessant ist Weil hier ist noch mal so ein Panakea drin Ein Kelketen Panakea Oder wie man das darüber ausspricht Der soll uns noch mal sechs Lebenspunkte geben So Leitvieh können wir einfach mal wegschlagen Und dann noch die hier auf dem Weg räumen So Und bevor ich jetzt die letzte Flamme entzünde Werde mich noch auf der Seite So Alles tot machen Und die Flamme anzünden Jetzt kommt nämlich wieder eine Zwischensequenz Ja Kiste geht auf Und wir können an den Inhalt ran Die Konstruktmedaille Ja Der Schlüssel für den nächsten Bossraum Vor dem wir jetzt schon wieder stehen Aber Wie ich bereits sagte Den will ich nicht aktivieren Bevor ich nicht ein bestimmtes Upgrade gekauft habe Deswegen werden wir hier noch ein bisschen weiter grinden Bis wir etwas mehr als 4000 SP haben Und solange können wir auch die Musik der Guilty Fires genießen Weil die ist dann auch vorbei Sobald wir ins nächste Gebiet kommen Hier Da oben noch Ja Da lang Und ja Wir kriegen sogar noch ein Level ab Den würde ich sagen Aber jetzt gehen wir dann in Richtung Äh Frost jetzt Machen auf dem Weg noch mal alles kaputt Was in die Quere kommt Da rollt den Level ab Und an der Stelle hier Mache ich noch mal kurz einen Cut Dann sehen wir uns gleich wieder Mache ich noch mal kurz